Roche wollte Blut sehen. Es war ihm egal, dass es Königsblut war und auch, dass es Lethos Plan entsprach. Der Tod eines Königs beschwört Chaos, Bürgerkrieg, Hunger, Angst und Hass herauf. Nur deshalb ist Hänselt noch am Leben und deswegen wird Catwin immer stärker. Tausende Catwinner leben besser, weil ihr Herrscher ein amoralischer, rücksichtsloser Hurensohn ist, der sich über den Gesetz gehört.